Die CD zur Sendung ist da. Mit Scooter, Metals, Jan Wayne, DJ Ötzee und dem Titelsong Stand Up For The Champions. Mega Man, die CD. Die macht auch dich zum Champion. Mega Man, das Finale. Der Kampf gegen das Feuer. Diese acht Männer, die härtesten Männer Deutschlands, reichen um den heiß erseelten Titel Mega Man. Das Rennen könnte entschieden werden bei der Massenkarombolage. Da dürfte es mit Geschick zusammenhängen. Da könnte es so sein. Das Rennen könnte entschieden werden im Feuerwehrübungshaus, wo einfach Mut, wo einfach Entschlossenheit gefordert wird, um hier schnell runter zu gehen. Das sind die Knackpunkte. Da könnte es kritisch werden. Startaufstellung am Übungsgelände der modernsten Feuerwehrschule Deutschlands. War das hoch? Mein Gott, das ist weg von dem Jungs. Echt, das ist unser. Also ich würde mich das nicht trauen. Ich könnte Schiff haben, aber richtigen Schiff. Können es mich tun? Nee, auf keinen Fall. Zum ersten Mal in der Geschichte der Deutschen Feuerwehr stehen acht vollständig ausgefahrene Drehleitern so knapp nebeneinander. Das gibt es nur bei Mega Man. Gespannt warten alle auf den Startschuss. Und jetzt der Countdown zum Mega Man Finale. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Der rasante Abseilakt aus 30 Metern Höhe fordert seinen ersten Tribut. Maris bleibt hängen. Also wirklich wahnsinnig schnell. Die ersten waren schon oben, äh, unten, da sind die ersten gerade mal hoch. Wahnsinn. Irre. Wirklich irre. Also wie das jetzt hier losgegangen ist, eine Geschwindigkeit und Werner wieder ganz vorne dabei. Also dieser Mann ist einfach nicht zu toppen. Unser Vorjahres-Sieger aus 2001 ist ganz vorne wieder dabei. Beißender Rauch behindert die Sicht. Die ersten schon beim Flying Fox. Unglaublich, das geht wirklich... Ja, Maris, doch guck mal kurz, Maris hängt immer noch. Maris ist wirklich... Kommt nicht runter. Irgendwas ist da schief gelaufen. Dann muss irgendwas am Piloten falsch gelaufen sein. Schade. Kommt mal drauf. Drei Minuten nach dem Start. Michi führt am Flying Fox. Jetzt ist Nervenstärke gefragt. Ich stelle dir eine Frage. Komm her, pass auf. Agenze sinnvoll. Schriftsteller. Hut. Maler. Bild. Richtig. Ab. Messer. Rot. Asch. Frissersrot. Rot, Axt, ähm... Holz. Ja. Verküche, wie wettst du? Erschlossimme. Ja, ja. Ja, 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 los, los, los. Ergänze die Sinnreihe. Sackelst du Hund, wie Tanne zu... Zu brauchen. Die Mega-Man-Promis haben sich knifflige Fragen ausgedacht. Ergänze die Sinnreihe. Oben steht zu Wärme wie Lampe, zu... Licht. Genau, weiter. Ein echter Mega-Man muss trotz Stress kühlen Kopf bewahren. Wer die Frage richtig beantwortet, darf weiter zum Montorwechsel. Maris Seil hat sich hoffnungslos verknotet. Seine Freundin kommt fast um vor Sorge um ihn. Am Tag davor war er noch siegesichert. Ja, 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 ja. JA, 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 ja. Ja, 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 ja. Vielen Dank.